Ekapada, Namaskarasana, die Grußhaltung auf einem Fuß, eine Variation des Baumes. Vishnu Prema bei Yoga Vidya zeigt, wie es geht. Von der aufgerichteten Stehhaltung, Tadasana ausgehend, beuge ein Knie und gib den Fuß an die Innenseite des Oberschenkels. Gib die Hände vom Brustkorb zusammen, eben in Namaskar Mudra. Dies ist dann Ekapada, Namaskarasana, die Grußstellung auf einem Fuß. Eine gute Übung, um Balance herzustellen, im Gleichgewicht zu sein und Konzentration zu fördern. Alle Infos auf wiki.yoga-vidya.de Untertitelung des ZDF für funk, 2017